So hallo und jetzt willkommen zurück zuletzt mit langen runter im letzten part und im letzten part sind zwei sehr nette menschen gestorben Und Taka okay Taka war nicht mehr ganz so nett aber das lag an seiner neuen haarfarbe das nehme ich mir jetzt mal nicht übel Und wer dahinter steckt ein roboter Wir gehen momentan sehr stark davon aus alle dass das hero ist aber irgendwie ist es halt wie gesagt Mal wieder viel zu offensichtlich also bezweifle ich jetzt recht stark Oh naja jetzt untersuchen wir das ganze mal ein bisschen was mir gerade direkt aufgefallen ist als ich hat die aufnahme gestaltet habe Hier sind hammer und es fehlen ganz zufällig vier hammer Sehr hammer so fall different sizes hanging on the wall also some of some are more like the mallets Mallets could justice hammers have been designed designed using these as a model As a way all the hammers here have obviously seen a lot of views Sorry ich musste ganz kurz schneiden aber egal sehr all covered in debris and shalky stone powder Wait for some reason this one hammer isn't dirty at all and it's wet Did someone have washed recently? Okay Womit hat das was zu tun Ich meine es fehlen ja schon vier hammer also gehe ich mir von aus das sieht so aus jedenfalls Was hat der hammer dann noch damit zu tun? Wurde der auch noch für irgendwas genutzt und die haben wir ja gar nicht gefunden als waffe Okay, gucken wir uns doch erstmal die gleiche noch an ne? Taka he'll never move again According to the monokuma fall, Taka died from a blow to the head Ja das sieht man ja auch We found just a hammer falling near his body in the equipment room. Is that what was used to kill him? And there's a tarp laid out under his body. The killer used this to move Taka's body That way there wouldn't be any blood left behind while the body was moved Das würde Sinn, ich gebe auf jeden fall Gut Auf der anderen Seite Wo die Fumi anders transportiert anscheinend Hifumis big cold bodies laying on the floor His really big body Ist das was gerade wichtig ist, huh? I mean, how on earth was the killer able to move someone so big? Okay, das wild ist langsam fies Aber recht hast du ja, recht hast du ja From the nurse's office, where he was discovered to here, the repository All the way from the first floor to the third And all without anyone noticing it How the hell is this possible? So good, I just don't get it I can't think about it later For now I have to finish with forgetting Hifumi himself If I remember correctly Hifumis fatal injury was also a blow to the head Probably from Justice Hammer 3 Which was laying on the floor in the nurse's office Huh, wait Something's off about his body Why am I getting this feeling? Something's different Und was? Something about the Fumi's body in the nurse's office Where is his body right now? Ich hab keine Ahnung wovon rede es Wirklich nicht That's it His glasses When his body was in the nurse's office His glasses were covered with blood Und das hast du dir gemerkt Okay Viele fragt es mal nicht Aber eigentlich gibt es ja schon Sinn Warum soll es da kein Blut mehr drauf? But now they're completely clean Does that mean someone wipe these glasses off? But who would do that and why? Hä? Warum? Warum? Erklär mir das mal jemand Das ist auf jeden Fall Also geh ich von außen Ist das dieselbe Leiche? Gibt es mehrere Hifubis und wir wissen es nur noch nicht Oh Gott Ich bin so verwirrt Lass mich doch in Ruhe Ich werde es eh nicht herausfinden Aber ich habe das Gefühl Bevor halt Der Trial kommt und mit den Fallen wieder von selbst erklärt So wird es halt wieder laufen Ich weiß es jetzt schon Hey Makoto Ich bin thinking about something It's about the Repository Huh, what is it? Hm After Hifubi und Taka's buddies disappeared We split up to look around, right? Was really skat So me and Sakura Stuck together And we came right to the repository too You know Look around Und ja Das hatte ich auch vor But when we got here The repository was locked We couldn't get inside Ich weiß It was locked Das weißt du Makoto Tu dich so And we came here As soon as the search started So there's no way Someone could beat us here If that's true Then who locked it And why is it unlocked now? I wonder the same thing So that was locked When the search for the buddies began But now it's wide open There might be some secret Locking in there I'll probably have to leave this area To figure it out Yeah Wahrscheinlich Aber reden wir noch Noch mit den anderen anwesend Was? Hm There are many aspects To the incident this time Too many TBRs Ja das muss ich auch ganz ehrlich sagen Das ist echt Ziemlich viel Scheiße Die diesmal passiert ist Mehr als sonst Considering that It may be good to look back And everything that's happened So then Would you like me to help? Ja Yeah let's look back on things This morning all the four of us Met up at the dining hall Oh scheiße Das ist echt voll viel Weil wir immer merken Und merken müssen Wo wer wann war Hina, Kyoko, you and myself Okay We waited for the others But nobody's showed up So we decided to look for them It was around 8 o'clock When we began our search Richtig Seit 7 Uhr haben wir wieder gewartet And soon after we split up Kyoko disappeared After that Hina founds her In the rec room On the 3rd floor Yeah, you know Then quickly came and got you and me According to the last She was attacked by a suspicious individual And lay unconscious for about an hour In other words She was attacked an hour before we found her Meaning just after 7 o'clock As in the pictures the last took We discovered her attacker was dressed in a strange costume It was robo justice It also became clear that this robo justice had dragged Hifumi away Die Frage ist Warum war Hifumi überhaupt da? Hat er das erklärt? Warte mal Ich glaube das hat er da erklärt, ne? Gut In dem Fall egal Aber ich bin mir grad nicht mehr sicher wieso er da war Aber wahrscheinlich hat er halt auch den Laptop gesucht Das würde auf jeden Fall wieder geben Gut Auf einem Mini-Kampf mit Toko und Yakuya We began searching for the costumed assailant We found Injo Tifumi at the library on the 2nd floor Aber noch nicht tot We took him down to the nurses office on the 1st floor Then resumed our search But not long after leaving the nurses office What's wrong? I saw a shadow Ja genau Dann hat sie jemanden gesehen Angeblich jedenfalls Wir haben jemanden gesehen Und ich bin mir noch nicht sicher ob es die Wahrheit ist Weil mittlerweile glaube ich an gar nichts mehr Weil es ergibt einfach alles keinen Sinn Egal wer der Mörder war Es ergibt einfach keinen Sinn Based on Celeste's claims We went back up to the 2nd floor Where we split up and began searching Then right after that Celeste screamed this time She had apparently seen the suspect on the 3rd floor Hearing her screams We quickly made our way to the 3rd floor So that's what's wrong? Jaja Mhm We ran off as soon as Es gibt ja in welche Richtung nochmal Genau er ist wieder runter gerannt ne? Off into the hallway Further down Ja ok er gibt's den Ich hab das beim ersten mal so verstanden dass er runter gerannt ist Aber das war gar nicht so gemeint Ok er ist einfach nur Jetzt schon weiter weg gerannt Und hat dann halt Taka getötet War auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt Schon die Boomie tut Aber wir haben doch die Boomie noch gar nicht schreien gehört oder? Warte mal Hä? Das ist das Problem was ich gerade habe Wir haben jetzt erst die Boomie schreien gehört Nachdem der Typ schon wieder oben war angeblich Und dann Taka getötet hat Wie? War es dann überhaupt derselbe Mörder ist die Frage Wie gesagt Es müssen zwei Leute gewesen sein Definitiv es kann nicht eine Person alleine gewesen sein Schuss At this point we decided to split up into two groups Celestine and I went back to the nurses office Wo die Leiche dann schon weg war, oder? Nein da haben wir die Leiche erst gefunden, stimmt ich erinner mich Meanwhile Yubiakuya and Tokopos to use us as back up on the third floor Genau, dann habt ihr die Leiche von Taka gefunden And when we got back to the nurses office Haben wir Die Leiche gefunden Which is also when we heard the Buddy Discovery announcement play Ich habe Celesse und Tina allein gelegt und zurückgelegt, um die anderen zu erzählen, was passiert ist. Ansage, which means Hifumi and Taka's buddies were all discovered right around the same time, because I remember hearing the buddy discovery announcement play right after finding Taka. Ach so, okay. Okay. And that's when I showed up and told you and Byakuya that Hifumi had been killed, right? Then you and me and Byakuya had all headed back to the nurse's office, leaving behind Toko, who had fainted. But as soon as we left the physics lab, we ran into Celeste, who just arrived to tell us something very unusual. Yeah, genau, der Körper ist weg gewesen. We hurried back to the nurse's office to discover that his corpse was in fact gone. Then we remembered, we had abandoned the unconscious Toko and rushed back to the equipment room, wo dann Taka auch weg war, genau. Genau, aber Toko lag immer noch rum. This time Taka's buddy had disappeared. So from there we began our search for both of the missing buddies. Dann, die Tür hier verschlossen auf jeden Fall. Aber wir haben auch die Leichen bei der gefunden. Genau. And that brings us up to now. Hängt da hinten an der Wand ein Bild von Keggy. Und da bilde ich mir das nur ein. Tut mir leid, aber das sieht echt so aus. Aber... Looking back, things have certainly been very active. If you want to look back at the case again, just let me know. I'm fine any time. Okay, tue ich nicht nochmal, aber ihr könnt ja zurückspulen, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Ich muss es mir, glaube ich, auch nochmal angucken, privat, weil... Das ist echt fucking viel dieses Mal. Fucking viel. Das heißt wahrscheinlich hat die Person mit dem Kostüm einfach den Namen gesagt. Weil... ... 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